Ja, hi und herzlich willkommen hier bei Black Panther System. Ich bin Rebecca und ich habe heute das Vergnügen, zusammen mit meinem Kollegen Martin unsere Music Stands, die wir hier herstellen, bei unserer Mutterfirma Mott in Tauberbischofsheim vorstellen zu dürfen. Martin, vielleicht magst du kurz erzählen, was wir bei Mott in Tauberbischofsheim mit der Marke Black Panther so bewegt haben in der letzten Zeit. Ja, also die Firma Mott ist über 100 Jahre alt, wir sind Hersteller von mobilen Bühnen und Bühnelementen und die Firma Black Panther oder die junge Marke Black Panther ist seit 2021 Teil der Mott Familie. Wir haben ein weltweites Patent auf unsere Keyboardständer und Stands und heute zeigen wir euch die Highlights der Produkte. Hier darf ich euch heute einen DJ-Table zeigen, das ist unser Socratea S. Die Besonderheiten sind, ihr könnt sowohl die Platte wählen, soll die Metall sein, Holz, ihr könnt alle möglichen Extensions hier anbauen nach eurem Gusto. Im Bereich der Keyboardstative gibt es wahrscheinlich keinen Keyboardstandard, der stabiler ist als das Black Panther System. Auf bis zu drei Ebenen mit verstellbarem Neigungswinkel in zweiter und dritter Ebene. Wir sehen hier noch eine Reihe weiterer Extensions, die wir links und rechts anbauen können. Wir sehen hier Adapterplatten für Lautsprecher, für Weserplatten, also für Monitore. Wir können das immer weiter noch verlängern. Wir können Ablageplatten für Synth und Controller integrieren auf bis zu vier Ebenen. Oben könnten wir nochmal zwei Bildschirme machen. Danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören und für eure Aufmerksamkeit. Und wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr vorbeikommen würdet. Uns findet ihr in Halle 11.0, D07. Schaut vorbei, wir sind für euch da. Bis zum nächsten Mal.